Volkwang ist für mich ein Lebensbegleiter. Das heißt, er begleitet mich im Grunde schon, jetzt muss ich rechnen, es müssen 98 Jahre sein, da meine Mutter hier der zweite Examensjahrgang schon war. Und meine Mutter hat sich sehr engagiert, auch für die Volkwangschule als Förderin. Und damit bin ich aufgewachsen und deswegen ist es für mich auch praktisch, wie ich gesagt habe, eine Lebensbegleitung. Bis heute. Vielen Dank.